und da bin ich glaube ich bin jetzt im Let's Play! mit den anderen Verspuchteln, weil die einen Verspuchteln ich kann und jaja, das ist voll cool und so. Ja, zum dritten Mal, sag ich das jetzt. Das war immer gefailt. Weil einmal jemand wieder meinen musste, als altes rauszuholen, was ich überhaupt nicht mehr haben möchte, weil ich da voll Angst hatte, dass wir da gebannt werden oder so. Und, weil ich voll fählig benutze. So, okay, jetzt machen wir erstmal das Holz klar. Weil wir in der letzten Folge Holz gefarmt haben mit kleinen Schwuchteln. So, okay, wenn's Tag ist... Könnt ihr pennen gehen, lieber? Ja, ich nicht. Ja, du bist so dumm. Ja, wir haben die Klienleitung, wir haben jetzt gewonnen. Warum bin ich denn jetzt dumm? Weil du scheiße bist. Du kleine Drexer. Du kleine Drexer. Du kleine Drexer. Schwuchtel, Junge. Ja, würdest du heute mal Tag, Alter? Ja, genau, und danach werden wir Luft vor Löt aufnehmen. Weil wir einfach geile Pöcke sind, Alter. Genau. Wir sind so obergeil, ey. Ey, genau, wir brauchen dann nur zwei Parts, dann willst du ja übernehmen, oder? Weißt du noch einen, Ari? Hammergeil. Supergeil, supergeil. Supergeil, superlecker. Supergeil, supergeil. Supergeil, supergeil. Supergeil. Supergeil, supergeil. War ich dieser alte, das ist im Sack, Alter? Ja, der ist aber, der ist so geil, ey. Ich hab mich so weggeschmissen bei dem, Alter. Supergeil, supergeil, supergeil. Supergeil, supergeil. Ich hab übel Schiss hier gerade, irgendwie. Ja, ey. Ach komm, ne, geh ich einfach nicht mehr. Komm, ne. Leck mich doch im Arsch. So. Ja, meine lieben Freunde, könnt ihr leider doch nicht sehen, wie ich daran weiter bastel, weil diese Gels einfach mal schlafen wollen gehen. Äh, schlafen wollen gehen, Alter, ich bin zu geil. Nein, mach mir schön, schlafen. Weil diese Gels einfach mal schlafen wollen gehen. Yeah. Wie machen wir nochmal Glas aus Sand, wahr? Ja. Und? Und? Jetzt hier. Nein, bitte nicht, nein, bitte nicht. Komm, Bumm, Bumm, ich wills Bumm hören. Nein, bitte nicht. Nein, bitte nicht, nein. Boah. Junge. Jetzt ist es oben. Geht das hier um Sack mit denen, Mann? Ich weiß, ich weiß, auch in der Nacht muss man arbeiten. Aber ich bin keine Puffen, Leute. Ja, die Abends arbeite ich. Was ist bei dem schwarzen, krank und hart? Der Bart. Nein, okay. Der war gut. Ja, genau. Drei Creeper von meiner Finca. Was da los, Alter? Was da los? Was da los? Was da los? Oh, drei Creeper? Wollte ich mich verarschen? Okay, wir rennen nochmal zurück. Rückzug. Huihuiuiuiuiuiuiuiui. Wir werden gleich verrecken. Ja, ja, ja. Das wär so pornogeil, ne? Ja, ich weiß noch, als ihr die Idee hattet, meine Töbe, meine Tode alle so aufzuzeichnen und dann immer meinen Brüller aufzuzeichnen. Ja, ja, deinen Brüller. Wow. Geficken. Ah, das ist eine Mal, aber wirklich geil. Das ist ein Scheiß-Zombies, Marc. Der war richtig geil. Geficken, geficken. Nee, 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 nee. Ich meine, geh Geschlechtsverkehr machen, geh Geschlechtsverkehr. Okay, geh, schlechtsverkehr machen. Warum ist Wartnay rein? Achso, ich hab mich schon mal. Alter, wo bin ich denn hier? Das ist ja ein Paradies, Alter. Kein Wunder, weil ich... Das mach ich denn jetzt hier schon wieder, ey. Ari, das geht mir echt auf die Eier, wenn ich ganz nett hier Spinnen und so höre. Ja, was denkst du, wie es mir geht? Du bist bitte in der Höhle und hörst die ganze Zeit, wo du denkst, Alter, gleich rast ich... Aber das ist irgendwie... Boah, Danilo, wenn du ein Schatz bist, Danilo, wenn du so richtig geil bist, bringst du mir bitte Wasser runter. Nicht klar. Mach mal bitte. Rufen Sie beim nächsten Tag mir an. Dann kann ich Obsidian machen. Dann kann ich Obsidian machen, bitte. Obsidian, du kannst auch... Du kannst auch von uns Obsidian haben, du Affenfisch. Oh, die Küper, die sind entweder jetzt reingerannt und gucken sich das ganze Mal... Okay, warte. Super, Ushi... Danilo, weh, du lässt es da runter. Das bringt mir einen Scheißdreck, ich bin viel weiter drinnen schon. Ja, ich kann da runter. Guck mal, du musstest mal hier alles bauen, dass du auch hochkommst, ja. So, meine geilen Noten... Oh, da oben liegt ein Knochen, wo man leidlich rankommt. Ist doch ärgerlich. Egal, so, jetzt kommt... Du musst es mal ausleuchten, du lösst es mal auch aus, hier. Einmal, zweimal, dreimal, nochmal. Du musst gerade auf die Uhr gucken. Kannst du mal wieder alles einsammeln, sonst sammeln... Alter, willst du mich verkacken? Willst du mich verkacken? Du hast den, Schatz. Ich sammle das doch schon ein. Willst du mich verarschen? Du bist wahrscheinlich voll, wa? Ja, hier, nimm mal gleich was mit, nimm mal gleich was mit. Hier. Denn das... Was schlimm ist, ich werde jetzt nicht... Das noch. Das noch. Das noch. So. Das war's. Fertig? Jo. What? Super, Ushi... Ach, warte, warte, bleib mal noch hier. Oh, Muschinen. Oh. Supergeil. Da, dann mal die Kohle noch mit. Die geht wieder auch richtig nett. Und Kalle, was machst du? Boah, gerade das Dach zu Ende. Also, mega spannend, weil ich kriege den Entstände immer. Na schon. Ja, tatsächlich, was können wir uns denn unterhalten? Bei Minecraft ist ja dafür da, um über alles zu reden. Super. Kleine... Geh mal ficken, 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 geh mal ficken. Bickies! Nein. Scheiße. Geh mal ficken, geh mal ficken, hab ich gesagt, hab ich nicht mal geschrieben. Geh ficken, du genauso. Super, Ushi, super, Muschi. Achso, ich gehe, okay. Geben mich noch, ja? Boah, legst du ein paar gleich wieder vorbei hier in ein paar Minuten, also. Was war da, um so scheiß lang aufzudern abzubohren, Alter? Ja, ich weiß es nicht wahr, Dino, ob du da nachher noch aufnehmen möchtest, bist du da gar nicht wahr? Oder ob wir dann morgen mit Franz machen, bist du da gar nicht wahr? Und hört darauf an, ob du die da tragen möchtest, weil dann müssen wir erstmal eine Zeit lang wieder nicht aufnehmen. Super, Muschi. Super, Muschi. Super, geil. So, ich muss erstmal gleich nach diesem, nein. Und wie er auch sagt, so, Bio ist auch sehr, sehr geil. So, das ist nur im Moment. Das ist schwul. Wie viel das noch ist, ey. Das ist so hart. Und dann sollen ja auch noch Fenster rein, nur, da muss ich noch richtig Sand farm, ey. das wird richtig spannend das kann man nicht was da ich möchte nicht von dir das wird uns Egal der Planer Böcke aber was labern wir jetzt eigentlich das muss man immer labern komm schon mach um Hat er schon, du Assi, Alter, das ist natürlich nicht so gut, ne. Boah, mein Schreiner war auch böse jetzt gerade, Alter. Die Fernspielachträder war reinziehen. Boah, das war so richtig, das ist echt nicht mal Erde, ey. Fickt euch ganzen Kacken, wie bei... Boah, das reißt sogar. Oh, geil. Super, Aussie. Ich brauche Türen, Alter, die gehen mit Schirr umsacken. Supergeil. Guck mal, Ari, ich baue jetzt extra eine fette Treppe für dich, ja. Geht ficken, ey, aber Spaß. Guck euch meinen Highspeed-Bauern an, jeeho. Siehst du, Ari, jetzt kannst du hier hochrennen. Oh, ja, da. Wenn mir wurde geklingelt, bis gleich kurz aufnahme. Sollte Leute da sinnvoll, ja? Komm mal kurz auf sie dir an, bitte. Warum? Ich will mal gucken, wie es aussieht. Komm mal kurz. Kannst du auch alles zusammen raufschmeißen, ja. Wenn du auf E drifst und einfach rüber ziehst. Aber ich mache gerne so. Warte. Ja gut, dann machst du halt einzeln. Das waren jetzt alle, ja? Alter, 20. Das waren alle, ja. Achso, ey, apropos, ich kann ja schon mal ein bisschen Gold und so kack machen. Ich habe noch ein paar Dings gefunden. Ich will hier rein platzen. So, dann hast du einen Feuerzeug. Jo, warte. Ja, dann mach an. Mal gucken, wo ich das reingepackt habe. Oh, die Scheiße. Du hast ja ja alle dumm gestellt, mein Freund. Ach, leck mich mal. Hier ist es, ich habe es. Und dann mach mal da an. Ich weiß, bin ich doof. Macht mir gerade noch. Genau, geh mal rein. Oh, du Wichser. Warte. Geh mal weg. Wir haben jetzt ein Portal. Ja, du musst die Wand ja dahinter auch noch wegmachen. Warum? Sag, ich bin da. Ja, das wollte ich gerade sagen. Reicht, wenn du da drin stehst. Ich habe Angst. Ja, du, wenn ich Glück habe, kommst du wieder zurück. Du musst ein bisschen aufpassen. Manchmal kannst du da gleich runterfallen, ne? Ja, ich sehe das schon. Und kann auch sein, wenn du Glück hast, dass... Ich komme zu euch. So, der Pad ist vorbei, Kleinhutten. Haut rein.